Edeka Maibum mit dem Länderthema Schweiz Nach zwei Jahren mit Kontaktbeschränkungen war die Teilnahme am Kreative Award für das Käse-Team von Edeka Maibum genau das Richtige. Nach dem Gewinn des Kreative Awards 2019, damals noch unter dem Namen Wankes Frische Center, entschied sich das Team um Erstverkäuferin Lilja Scheller, Nadeschka Kaiser und Antonia Krüger in diesem Jahr für eine konzentrierte Länderaktion mit Käse aus der Schweiz. In den Fokus rückten sie insbesondere verschiedene Käse aus dem Alpenland. Da viele Kunden nicht wussten, wie viel Handarbeit und Tradition hinter der Herstellung der Schweizer Käsesorten stecken, baute das Team eine bekannte Schweizer Käsehöhle in Modellform. Sie zeigten mit dem Nachbau, wie die Käse in der Höhle reifen und gepflegt werden. Die Höhle wurde zum absoluten Eyecatcher im Markt. An den Wochenenden standen dazu Verkostungen im Fokus. Für die Kunden wurden leckere Rezeptideen wie pikante Gruyère-Bällchen, Käsewaffeln und Spinatlachsrollen zubereitet. Während der Schweizwochen gab es zudem einen groß angelegten Aktionstag im Markt, der auf einem Plakat angekündigt wurde. An diesem Tag stand Edeka Maibum Kopf. Im Markt wurden für die Kunden warme Käsewaffeln gebacken. Es gab Kinderschminken für die Kleinsten und umfangreiche Verkostungen rund um die Schweizer Käsesorten standen an der Bedienungstheke im Fokus. Beim Kauf von Käse aus der Schweiz erhielt jeder Kunde ein Geschenk. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, heißt es einhellig vom Käse-Team Edeka Maibum in Hasefeld. Und außerdem, den Schwung der Aktionen nehmen wir mit und arbeiten weiter an der Verkaufsförderung für Schweizer Käse. Die Vielfalt der dargebotenen Aktionen zum Länderthema Schweiz wurde von dem Käse-Team perfekt umgesetzt. Der Kreative Award 2022 geht an Edeka Maibum. Check-in Center Aachen mit dem Thema Frisch und Fein Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an den Schwarzwald denken? Tannenwälder, Schwarzwälder Kirschtorte, Bollenhut, Kirschen, Kuckucksuhren und natürlich herzhaftes Essen. Das sind die Highlights dieser süddeutschen Region. Das Check-in Center Aachen ist, wie der Name schon sagt, in Aachen beheimatet. Dort, wo andere Urlaub machen, Natur- und Wanderwege genießen, haben Denise Hildebrandt, Andrea Hertlein, Sarah Österreich, Wuki Avdili, Sabrina Kressbach und Teamleiter Michael Wühle den Schwarzwald mit all seinen Genüssen in die Käsetheke geholt. In enger Kooperation mit Käsereien, Weingütern und einer Brennerei aus der Region legte das Team großen Wert auf Handarbeit, Regionalität und das Arbeiten in mehreren Generationen. Unter dem Thema Willkommen im Schwarzwald wurden in der einwöchigen Aktionszeit zahlreiche der Region entsprechende Speisen mit Käse zubereitet. Den Start machte das Dessert Black Forest im Glas, das mit süßem Frischkäse, Brownie, Kirschen, Konfitüre und Schokolade zubereitet wird. Nicht fehlen durfte selbstverständlich die Kirschtorte Schwarzwälder Art. Diese Spezialität wurde unter anderem aus Weich- und Frischkäse, Kirschen, Konfitüre und Gin zubereitet. Kleine Camemberts mit Frischkäse, Kirschen, Konfitüre, Gin und Schokolade und die besondere Delikatesse Blauschimmelkäse mit Kirschen, Konfitüre, Gin, Schokolade und Pistazien waren nicht nur eine Augenweide in der Theke, sie begeisterten auch zahlreiche Kunden. Und zu guter Letzt war es ein Edelpilzkäse, der geschichtet mit in Gin getränkten Brownies und Kirschen und mit einem Topping aus Kirschen und Brownies die Kunden verführte. Die dem Motto Schwarzwald entsprechend kreierten Käsezubereitungen zeigen einmal mehr die Verbundenheit des Teams vom Check-in-Center Aachen zu seiner Heimat. So viel Käsekreativität verdient den Kreativ-Award 2022. Rewe Ratingen-Linddorf mit Käse aus der Region Unsere Käsetheke ist nur 2,50 Meter lang und umfasst ca. 69 Käsesorten. Mit dieser Angabe beginnt die Bewerbung des Teams von Rewe Ratingen-Linddorf zum diesjährigen Kreativ-Award. Was es jedoch aus der kleinen Theke rausgeholt hat, sehen und hören Sie nun. Dem im Rheinland angesiedelten Rewe-Markt liegen regionale Käsesorten sehr am Herzen. So setzte er für die Bewerbung die Käsesorten der 50 Kilometer entfernten Hofkäserei Thomashof in den Mittelpunkt der Aktion. Auch unter pandemiebedingten Einschränkungen wollte man den Kunden den Thomashof aus der Region und dessen Käse näher bringen. Zunächst einmal fuhren Katarzyna Karimow, Bianca Weser und Anja Schnieder auf den Thomashof in Burscheid. Sie schauten sich die Herstellung an und nahmen den traditionellen Hof unter die Lupe. Zurück im Markt wurde die Deko entworfen und organisiert. Acht verschiedene Schnittkäse wurden in und vor der Theke präsentiert. Nicht nur in der Bedienungstheke wurde Regionalität gespielt. Auch die Stolpertruhe enthielt zwölf verschiedene Schnittkäse der Käserei. Suchtgefahr herrschte bei den selbst hergestellten Chips. Während der zweimonatigen Aktion war auch die Schmetterling-Gruppe des ortsansässigen Kindergarten St. Johannes zu Besuch. Dass selbst die Kinder von dem Einblick in die Welt der Käse beeindruckt waren, zeigten ihre gemalten Kunstwerke. Für das Frühstück im Kindergarten wurde eine regionale Käseauswahl gespendet. Besonders gut bei den Kunden kam auch das zweistündige Online-Käse- und Weintasting an. Moderatorin Katarzyna Karimov hatte neben dem Tasting viel Wissenswertes über Käse zu berichten. Zu dem Preis von 29 Euro konnten die Kunden ein Verkostungspaket für das Online-Event bestellen. Es enthielt sechs Käseproben vom Thomashof, Wein, Soßen und Baguette. Eyecatcher waren während der ganzen Zeit T-Shirts, die das Team mit den Logos des Thomashofs und des Rewe-Marktes trug. Dass dem Team von Rewe-Ratingen das Thema Regionalität sehr am Herzen liegt, ist deutlich zu spüren. Diese Käsetheke gehört auch deshalb zu den besten Deutschlands. E-Center Mössingen mit dem Länderthema Italien Dass das Aufschneiden eines Parmesanleibes Schwerstarbeit ist, war Miriam Hedke bewusst. Dennoch sprach für die Erstverkäuferin im E-Center Mössingen nichts dagegen, sich dieser Aufgabe für eine äußerst gelungene Italien-Aktion zu stellen. Während der 16-wöchigen Aktionen standen die Käsebedienungstheke und ein ungekühlter Aufbau im E-Center Mössingen unter italienischer Flacke. Das Theken-Team mit Miriam Hedke, Anna Diadato und Olivia Schenkel baute einen antiken Wegweiser, der den Kunden, gut sichtbar aus der Entfernung, die wichtigsten italienischen Käseregionen anzeigte. Darüber hinaus schmückten verschiedene Holzarbeiten, wie der schiefe Turm von Pisa, die typische Piaggio-Vespa und der italienische Stiefel das Angebot mit den Käsesorten aus Bella Italia. Es wurde gebastelt, dekoriert und Käse für die Aktion ausgesucht. So sorgte ein ungekühlter Aufbau im Markt neben der Bedienungstheke mit Bergparmesan, Granapadano, Pecorino, Stravecchio sowie luftgetrockneter Salami, Kekse und Wein für Aufmerksamkeit. In der Theke fanden die Kunden während der italienischen Festwochen ergänzend Käseklassiker wie Scamorza Affumicata, Capriolo Rustico, Pecorino und Parmigiano Reggiano, um nur einige zu nennen. Für den 21. Mai wurde ein italienischer Genusstag im E-Center angekündigt. Der feine Duft frisch zubereiteter Spaghetti aus einem halben Parmesan-Käse lockte nicht nur Italien-Fans an die Bedienungstheke. Beim Kauf von 250 Gramm Bergparmesan gab es eine kleine Käsesnack-Schnalle als Präsent für die Kunden. Die eigens kreierten Rezepte wie Pecorino-Salat, italienische Frischkäse-Cremes und das beschwipste Dessert sorgten zudem für kulinarische Genüsse zum Mitnehmen. Der Kreative Award 2022 für diese gelungene Länderaktion geht an den E-Center Mössingen. E-Center Wilga mit dem Länderthema Niederlande Im Frühjahr besuchte Ku Bertha alias Philipp Pütter aus dem Ku-Hotel das E-Center Wilga. Sie hatte gehört, dass das Theken-Team dort viele leckere Gerichte aus holländischem Käse zaubert. Bei dem grenznahen Besuch in Borken erlebte sie einige nachhaltige Überraschungen. Das E-Center Wilga ist kein Unbekannter beim Kreative Award. Wieder einmal sorgten Dagmar Pohl, Michaela Sator, Maria Wilmers und Katrin Nolte für reichlich Action an der neun Meter langen Käsetheke. Im April gab es zum Koningstag eine Käsewürfeltorte, dazu Käsetulpen am Stiel und Wilgers Käsekekse. Da jedes Fest einmal zu Ende geht, wurden für den Nachhauseweg noch zünftige Käsestullen für die Kunden vorbereitet. In diesem Aktionsrhythmus ging es bei den Wilgers bis Ende Juli weiter. Ein Frühlingskäse aus der ersten Weidemilch des Jahres war der Star beim Kindertag. Selbstverständlich durfte dazu Kuberta nicht fehlen. Denn niemand kann den Jüngsten so gut über die leckere Weidemilch und die daraus hergestellten Käse berichten wie Bertha. Sie verteilte an die Kinder lustige Geschenke aus ihrem Koffer. Auch mit sechs und zwölf Monate gereiften Gouda gab es Käsesäckchen, Polderpannenkurken, Kingkäsepops und feines Kier-Royaleis für die Kunden. Bei einer weiteren Käseaktion stand holländischer Ziegenkäse im Mittelpunkt. Eingelegt in Essig und Öl, in gebackenem Brot oder mit herzhaften Salat und süßem Gebäck stand der heimliche Star, wie ihn das Wilger-Team gerne nennt, im Mittelpunkt der Theke. Mit verschiedenen Kräuterkäsen zauberten die Thekendamen leckere Bowls. Der legendäre Maigauda inspirierte die leichte Sommerkäseküche und stellte sich in würzigen Bratlingen, in marinierten Käseblumen, als herzhafte Sonnenkugel sowie in fluffigen Poffertjes vor. Milder und pikanter Gouda sowie das mit extra altgereiften Gouda hergestellte holländische Dessertutjes bildeten schließlich die Vollendung dieser äußerst schmackhaften Aktionen im E-Center Wilger. Die Jury war von dem Einfallsreichtum des E-Centers Wilgers sichtlich beeindruckt und gratulierte zum Kreativ-Award 2022. Edeka Hameling mit dem Thema Bitte zugreifen Eine Idee, viel kreative Köpfe und viel kriminelle Energie. Das ist das Team von Edeka Hameling, das sich als Wiederholungstäter für die besten Käsetheken Deutschlands beworben hat. Lydia Mast, Hilma Besig, Stephanie Schwing und Käsesommelier Sandra Wienand verwandelten die Käsetheke in einen Tatort. Vom Verbrechen über die Beweismittel bis hin zur Verhaftung spielte der Käse in dem selbstgeschriebenen Käsekrimi die Hauptrolle. Sechs Wochen Planung gingen der einmonatigen Aktion voraus. Das Motto, das dunkle Verlangen nach Käse. Selbstverständlich wurde jede Szene durch Produktpräsentationen und eigene Käsekreationen unterstützt. Marktleiter Kevin Kimeris kündigte auf den sozialen Netzwerken seinen Kunden den ersten Käsekrimi an. Selbst Geschäftsführer Reni Hameling stand unter Tatverdacht und wurde in einem Krimi-Kapitel vor der Käsetheke im Markt von der Polizistin Jutta Jung von der Allgäuer Käseakademie verhört. Die Kunden beteiligten sich rege über Social Media an der Aufklärung. Zwischen den Kapiteln wurden regelmäßig Gewinnspiele inszeniert, zu denen Weichkäse aus dem Allgäu verlost wurde. Nachdem die Polizei in Kapitel 8 die Kunden und Mitarbeiter um Mithilfe zur Aufklärung bat, folgte im Finale die Verhaftung der Täterinnen. Natürlich im Markt vor der Bedienungstheke. Mit dieser Aktion und den 13 Posts wurden über Social Media mehr als 61.000 Personen erreicht und während dieser Zeit gut 71 Kilo Weichkäse verkauft. Bei so viel krimineller Energie und Begeisterung für Käse gratuliert die Jury dem Team von Edeka Hameling zur Auszeichnung die besten Käsetheken Deutschlands.